Ja, hey Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's, der TimmlerTV. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf CityBuild. Ich bin gerade auf dem Server erst gejoint. Also auf dem geilen Server. Auf dem guten CityBuild-Server. Ähm, beaconmc.de Richtig geiler Server. Da hab ich YouTuber. Ähm, Jonah ist auch nicht dabei, aber er ist nur auf dem Server. Ich geh mal kurz fly. Da ist er nämlich. Hier ist der Jonah. Hi, Jonah. Wie geht's? Wie geht's? Jonah, wie geht's? Willst du es denn zu mir? Komm, wir machen mal. Ich bleib mal schon hier stehen. Kann er schon zu mir kommen. Ne? Hey, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Da ist nämlich schon Jonah. Wo bist du denn? Da ist nämlich Jonah. Bleib mal hier stehen. Ach, da ist schon Jonah. Hi, hi. Bleib mal stehen. Hallo. Nein, Spaß. Ähm, wir fahren jetzt mal ein bisschen wieder in der Farmwelt. Ähm, wir brauchen erstmal eine... Axt brauchen wir. So, gehen wir für... Steine. Hab ich nicht mehr. Holz hab ich. Ich brauch noch eine Werkbank. Brauch ich noch. EC. Werkbank. Ich hab hier Axte. Sie erzählt mir das kein Schwein. Entschuldigung, aber... Wer hat das gar nicht erzählt? Ich hab hier eine Axt. Oh mein Gott. Wieviel Axte ich hab aber noch hier. Ich geh mal ein bisschen Holz fahren. Home, Tümmler TV. So. Und gleich mal da oben. Weil wir brauchen nämlich ein bisschen wieder Holz. Ähm, ich mach mal kurz gleich ein Zeitraffer rein. Also, bis... gleich... gleich... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.